Negative Partner, sehr negative Partner, Energiewampire. Wir alle kennen solche Personen, die immer schlecht drauf sind, die Probleme haben, die grundsätzlich alles immer schwarz färben. Aber noch viel schlimmer ist, wenn man so jemanden als Partner hat. Was dann tun? Reihenweise Fehler, die mir in meiner Coaching-Praxis immer einen Weg laufen. Am Anfang möchte ich darüber erstmal sprechen, dann immer die Fehler. Und dann, was kann man tun? Wie kann man ihnen teilweise auch ein bisschen das Handwerk legen? Und ganz am Ende, für mich natürlich wichtig, eine ganz große Falle, die du nicht tappen solltest. Vor allen Dingen, wenn du zu den gutmütigeren und zu den ein bisschen lieberen Menschen, zu den Empathen gehörst. Mein Name ist Manuel Albert, ich bin Beziehungscoach, seit Jahren nicht damit zu tun. Und diese Frage wurde mir eben immer wieder gestellt. Wie geht man mit denen richtig um, wenn man an der Stelle so jemanden als Partner zu Hause sitzen hat? So, vorneweg, das große Problem, was wir immer am Anfang haben, ist natürlich, dass wir alle sehr offen sind für Negativität. Wir sind alle sehr offen für schlechte Informationen, Verlässterei etc. Weil unser Nervensystem über Jahrtausende geschult ist darin, auf alles Negative zu achten, haben wir extra Datenautobaten im Nervensystem für Negativitäten, für Probleme, für alles, was unser Leben bedrohen könnte. Aber heute ist es nicht mehr bedrohend, wenn unser Nachbar mal schlecht drauf ist oder unser Chef uns ein wenig vielleicht nicht so nett angeschaut hat morgens. Wir sterben dann nicht gleich. Ja, wir haben Nachteile, aber wir sterben nicht gleich. So, das heißt, heutzutage sind diese Negativautobahnen, die wir im Grunde genommen total verstärkt haben, sehr, sehr unangenehm und gerade Beziehungen können dadurch komplett ins Negative, ins Traurige, ins Depressive gezogen werden. Und nicht häufig kommen deswegen Menschen zu mir und sagen, Manuel, ich bin ja seit Jahren mit dieser Frau, mit diesem Mann zusammen. Und diese Person, ich kann es langsam nicht mehr hören, im Grunde genommen, jedes Mal, wenn wir Freunde treffen, wird als erstes nur noch darüber gelästert, was alles schlecht ist und darüber baut er oder sie Verbindung auf. Ich kann es nicht mehr hören, wie einfach nichts klappt und nichts gut genug ist und der Job und so weiter und so fort. Das heißt, reihenweise kippen Beziehungen diese Richtung. Falls du selbst betroffen bist oder jemanden kennst, der betroffen ist, dann weißt du, dass es ein Problem ist, weil es einem einfach die Beziehung ruiniert oder dieser Person die Beziehung ruiniert. Und als erstes ist es ganz wichtig, wir müssen ganz kurz einen Schritt zurück machen und uns das mal ganz neutral anschauen. Was noch nie etwas gebracht hat, ist so einer Person jetzt zu sagen, Hey, merkst du was? Also du bist schon ganz schön negativ drauf oder was lässt hast du immer so viel? Oder warum schlässst du immer so viel über deinen Job? Oder warum ist jetzt dein Chef immer so schlimm? In dem Moment geht die Person auf dich. Das heißt, sie springt dich an. Du bist jetzt der Böse. Und verzeiht, dass mein Hals etwas in Mitleidenschaft gerissen worden ist. Deswegen muss ich mir ab und zu mit etwas Tee hier zum Überleben bringen. Das heißt, diese Person springt jetzt auf dich und was du nicht hast, diese Person hat jahrelang trainiert, sich im Negativen zu tummeln, Dinge schlecht zu finden, sich zu wehren. Hat vielleicht schon mit ihren Eltern trainiert, dass man sich die ganze Zeit runter macht gegenseitig. Ich kenne mehrere Freunde, wo ich mich immer gewundert habe. Man wird einfach schon mit einem verachtenden oder dummen, schlechten Spruch begrüßt. Es ist dort normal null. Wenn du es nicht gewohnt bist, hat so ein Energiewampir einfach ganz leichtes Spiel mit dir, weil er dich einfach sofort damit beeindrucken kann. Und du bist dann schon erstmal so ein bisschen durcheinander. Und dem Moment hat er einen Vorteil. Das heißt, wenn du das einfach direkt und frontal ansprichst, gibt es meistens vor allem eins auf die Fresse für dich. Davor würde ich dich gerne bewahren. Vielleicht ist es dir auch schon passiert. Du kennst das schon. Dann tut es mir natürlich sehr leid, weil du meistens dann von euch beiden dummerweise, dadurch, dass du es ab und zu angesprochen hast und auf die Fresse gekriegt hast, dummerweise, und das hoffe ich, dass wir das korrigieren können, ein bisschen abgesackt bist. Das heißt, jetzt der Schwächere von euch beiden auch bist, weil du eben mit der Negativität oder mit den Problemen nicht so gut umgehen kannst, weil das der andere halt eben so ein bisschen depressiv ist, dir zu schaffen macht. Das heißt, du fängst an mitzuleiden, wirst runtergerissen, aber noch viel schlimmer, der andere trampelt teilweise auf dir rum. Das heißt, Leute kommen zu mir, die etwas sagen, du, ich habe da eh keine Chance, wenn ich etwas sage, ich habe es mal versucht, habe ich nur auf die Fresse bekommen. Und das ist das Problem mit Energiewampiren. Wenn die jetzt ihr Leben lang trainiert haben, dann machen sie dich platt, wenn du es einfach mal so ansprichst. Später, wie man das so formuliert, dass du eben nicht dabei auf die Fresse kriegst, sondern der andere im Grunde genommen mal ein bisschen den Spiegel vorgehalten bekommt. Das Nächste ist, dass viele sich verantwortlich fühlen. Mach das auch auf gar keinen Fall. Denke nicht, dass du Teil von dem Problem bist, weil du jetzt anscheinend diese Person sehr bedrängst. Ich war jetzt noch in meiner Beziehung und natürlich, ich habe sie dann morgens geweckt. Dummerweise, ich war zu laut. Sie hatte deswegen in ihren massiven Schlafstörungen, Panikattacken etc. Und ich höre natürlich den ganzen Tag schlecht drauf, weil sie auch immer wieder die Karte gezogen hat. Ja, ja, du hast mich heute Morgen geweckt und so weiter und so fort. Hey, jeder Hahn hätte sie wecken können. Jeder LKW, jeder Hupe auf der Straße, es passieren manchmal Dinge. Und deswegen auch ganz wichtig, denke nicht, dass du viel Schuld daran hast. Vielleicht tippst du was an, aber wärst du nicht da, wäre eine andere Person da und würde es auch mal antippen und würde genauso dafür sorgen, dass diese Person mal kocht und mal ein Problem hat oder mal nicht zugehört hat oder man nicht dabei war oder man nicht schnell genug das Pflaster oder das O oder A ausgepackt hat. Und deswegen komme bloß raus aus der Schuldfalle. Du bist nicht schuld. Wenn eine Person sich sehr häufig sehr negativ da reinwindet, vielleicht auch noch mit Drogen kombiniert, Alkoholismus etc. und dann in die Lästerlaune kommt oder die Welt ist so schlimmlaune kommt und dann den Abend versauert, es ist nicht deine Schuld. Und bitte lade auch nicht auf, das haben wir später nämlich noch, kommen wir nochmal dazu, dass du da irgendwas verpasst hast zu tun. Das nächste ist, nicht mit reingehen in die Gespräche. Viele ergeben sich irgendwann und reden mit und werden reingezogen. Es ist eine sehr, sehr negative Gewohnheit und Achtung, auch du kannst danach süchtig werden. Ich würde dich gerne davor warnen, ich würde dich auch gerne davor bewahren, weil auch du hast diese Autobahn, die Negativautobahn. Das heißt, auch du kannst daran irgendwann einen Gefallen finden, dass man sich über das ganze Schlimme die ganze Zeit so kopfschüttelnd so runterziehen lässt und du wirst es merken, dein Leben fängt an grauer zu werden, trauriger zu werden und Freunde werden zu dir sagen, hey, was ist eigentlich mit der gut gelauerten Person da, warum bist du da so negativ drauf? Und du wirst sagen, ja, keine Ahnung, ich habe mich da wahrscheinlich meinem Partner so ein bisschen angepasst, weil dir nichts anderes mehr eingefallen ist, als das zu tun, um mit der Person zu connecten. Bitte connecte nicht darüber, sondern glaube weiter an dich. Was können wir besser tun? Das Erste, was wir tun müssen, wir müssen ein wenig dir helfen zu disassoziieren. Disassoziieren, disassoziieren heißt, sich davon wegziehen. Wie wäre das in einem ganz praktischen Bild? Du legst hier ist die Herdparte, die Negativität von deinem Partner immer schön die Hand drauf und wunderst dich, dass es so blöd brennt. Disassoziieren ist die Hand mal, dich mal auf Abstand zu bringen, dich mal wegzubringen. Hier und jetzt würde ich dich gerne ganz kurz, deswegen mitnehmen, ich würde dich einfach ganz kurz gerne zurückziehen und sagen, vorneweg, gehen wir mal in eine therapeutische Rolle, sei mal ganz kurz mit mir, Therapeut, und schau dir deinen Partner oder diese Person an, dieser Verwandte oder dieser Kollege oder sonst wen. Lass uns nicht Mitgefühl haben. Mitgefühl hilft ja nicht viel, sondern Empathie. Wer meine Videos kennt, ich unterhalte mich darüber, wie Empathie und Mitgefühl sich unterscheiden. Auch in dem Neue Züricher Zeitung Artikel wird das ganz kurz erwähnt, der jetzt über Ostern rausgekommen ist, könnt ihr euch mal anschauen, gab es einen Artikel mit mir. Empathie ist das, wenn du anfängst, den anderen zu verstehen. Das mit den Daten auf der Bahn war schon so ein Empathiepunkt. Zu wissen, dass die Person vielleicht auf der anderen Seite, da dieser negative Partner, dieser Energiewampir, nicht anders kann, als die ganze Zeit in diesem Film zu bleiben, das ist Empathie aufbauen. Unter anderem kannst du zum Beispiel schauen, sind da die Eltern. Therapeuten schauen sehr gerne zu den Eltern, weil häufig werden solche Sachen durch die Eltern übernommen. Sind da Freunde, Kollegen, die immer ein bisschen besser waren und die Person hat einfach keine dümmere, leider, tut mir leid, Auswählte gefunden, als sich wohlzufühlen, als der Welt die Schuld zu geben. Ist da ein Schiefstand, wo die Person eigentlich irgendwo hier drüben rumhumpelt, keine Ahnung, findet keinen Job jetzt und kann an der Stelle irgendwie und die Sachen, die die Freundin gebracht haben, hat keinen Bock drauf, nicht gepasst und plötzlich kaschiert man das oder hat irgendein anderes Thema. Aber manchmal, ihr habt einen Blick hinter die Kulissen und dann ist auch so ein bisschen klarer, wo das herkommt, weil immer, wenn man eine Ursache hat, dann kann man auch ein bisschen mehr Verständnis haben, Empathie, Verständnis. Manchmal hilft das, dass du nicht so tief reinfällst, dann bist du da, ohne mit reinzufallen. Dann bist du da, ohne die Fehler zu machen, die wir eben gesagt haben, durch dieses völlig blinde Versuchen, da irgendwas hinzukriegen. Das nächste ist der Moment, wo ich dir ganz kurz den Spiegel verhalten muss. Mich selbst trifft dieser Spiegel auch immer und das ist so ein Moment, der ist immer total unsexy. Es tut mir leid, aber auch du hast manchmal, fällst du viel zu stark über die Negativität. Ja, wenn die dann irgendwelche Schlafprobleme hat, das hat mich nicht gestört, aber wenn sie irgendwelche depressiven Seiten hatte, irgendwas, was in meinem Leben auch irgendwie vorgekommen ist, bumm, konnte sie mich anstecken. Das heißt, achte drauf, wo du es verstärkst, weil du auch selbst eine kleine Vorprägung hast. Und da du ja jemand bist, der sich sogar Videos anschaut, der an sich arbeitet, der jetzt da ist, vielleicht sogar live heute Abend am Ostermontagabend oder zu irgendeinem anderen Zeitpunkt, was ja schon ziemlich cool ist. Sei so klar mit dir und schau an der Stelle, okay, Moment mal, ich habe einen negativen Partner, ich habe einen Energiewampir als Partner, als Kollege, wo ist meine kleine Schattenseite, wo ist meine dunkle Seite, wo ist meine Seite, wo man mich leicht drücken kann und wo ich eigentlich gerne mitgehe und wo ich eigentlich dafür empfänglich bin und deswegen das auch mit dem Partner größer mache. Bei Leuten, die gesagt haben, ja, sie kann ja nur über Negatives sprechen zum Beispiel, die konnten teilweise auch hervorragend über bestimmte Sachen lassen und hatten da selbst eine kleine Schwäche, hatten einen sehr hohen Anspruch und Perfektionismus in sich und sind darüber gestolpert und dann haben sie plötzlich, gab es dann so eine toxische Überkreuzung mit der negativen Partnerin. Das heißt, auch bei dir gibt es vielleicht etwas, was du für dich machen, verbessern kannst. Ich weiß, das will immer keiner hören, es tut mir auch total leid, aber ich meine es von ganzem Herzen. Vielleicht hast du irgendwo einen Knackpunkt, hast einen Knoten, hast irgendwo noch nicht verdaut, dass du selbst irgendwie einen sehr negativen Vater oder Mutter hattest, die sehr gerne der Welt die Schuld gegeben haben und machst jetzt vielleicht mit diesem Video, ich werde total stolz, schreibe was in die Kommentare rein, hinterlasse keine Nachricht, falls du jetzt gerade selbst keine Erkenntnis hast. Bei mir ist es plötzlich, als ich gedacht habe, mein Dad hat ja nicht ganz häufig irgendwie auf bestimmte Sachen geschossen und sich da selbst als Opfer gefühlt und so weiter und so fort und jetzt erlebe ich das mit meiner Partnerin wieder, oh mein Gott, da ist ja ein Muster und ich muss das in mir ändern, ich muss da raustreten und plötzlich war ich ein bisschen immuner gegen meine Partnerin mit diesem ganzen negativen Thema, wo ich vorher offen war, weil ich das einfach schon mitgebracht habe in der Anlage aus, in dem Fall meiner Kindheit. So, das heißt, ein ganz wichtiger Punkt ist und das ist ein urschwerer, ich weiß es, du bist nicht verantwortlich, du bist nicht schuld und lass dich nicht von der Farbe erwischen, weil ganz viele Partner fangen dann an, ihre Partner auch anzupinseln, pinseln dich auch schwarz an und plötzlich denkst du, oh mein Gott, ich dämme mir da mit drin und es hat was mit mir zu tun. Nein, nimm es nicht persönlich, die Person hat ein Thema, nicht du, die Person ist negativ drauf, nicht du, diese Person geht teilweise abends mit diesem SCH-Karussell, mit diesem Schrott-Karussell ins Bett, nicht du, diese Person steht damit morgens auf, lass dich nicht anstecken, lass dich nicht anstecken, es ist möglich, indem du einfach schon morgens den Tag anders startest, das ist ein geiler Trick, hast du so einen Partner, starte den Tag morgen, ist es anders. Sie ist aufgestanden und hat erstmal so eine schwere, schwarze Wolke vor sich hingeschoben, ich war schon ein paar Minuten raus, manchmal hat es für den ganzen Jogging gereicht, manchmal nur irgendwas, ich habe eine kleine Übung gemacht, irgendwas und dann war mein Gehirn schon, ich habe was gemacht, ich habe was geschafft, hat mich 10 Minuten, 15 Minuten gekostet, aber ich war sofort auf einer anderen Autobahn, deswegen nimm dir deine Autobahn, unterscheide dich, hol dich da raus, ganz wichtig. Jetzt kommt die fiese Falle, auf die du wirklich, wirklich achten musst, ganz viele wollen der Person natürlich helfen und was passiert dann? Was passiert mit dieser Liste? Reihenweise habe ich Beispiele, diese Liste von Headhuntern, damit er oder sie endlich einen neuen Job findet oder irgendwelchen Stellenanzeigen, damit er oder sie endlich einen neuen Job findet, weil der Chef ist ja so böse oder die Kollegen sind so schlimm oder niemand sieht ihn oder sieht mit seinem Potenzial. Listen wurden schon recherchiert bei meinen Kunden, Leuten, die mit uns zusammenarbeiten, Coaches, da haben wir viele Einblicke, Listen wurden schon recherchiert von irgendwelchen Ärzten, Spezialisten, Reha-Kliniken, die dieses Thema endlich lösen könnten. Therapeuten, Coaches, wie häufig wurde ich empfohlen? Emanuel, ich habe mal meinen Freund, meinen Bekannten, meinen Partner und so weiter, weil das war so wunderbar, du hast mich da so hochgekickt und das hat mir so viel geholfen. Ich weiß immer schon, wenn das passiert, it's never gonna happen, die Person meldet sich nie, die Einzigen, die sich bis jetzt gemeldet haben, weil wenn dann plötzlich so was, der Urknall bei denen stattgefunden hat und die gar keine andere Lösung hatten, so hallo Emanuel, was anderes, wenn dann quasi so der, der sie zu hingeschoben hat, nach dem Motto, ich habe eine Stunde mit dir, ich weiß noch nicht, was ich mit dir besprechen soll, ich so, hallo, guten Morgen, so hingeschoben. Alle anderen verpissen sich sofort, weil Leute helfen wollten, haben tolle Sachen recherchiert, haben Hilfsmittel recherchiert, haben, keine Ahnung, Diäten gebucht, was der Himmel was gemacht, den Therapeuten herangeschleppt, gegen Depressionen und so weiter und so fort, Medikamente, was immer, aber die Person wollte sich gar nicht helfen lassen, das ist einer der gefährlichsten Fallen. Häufig will der Energiewampir sich gar nicht ändern, er will nicht netter und glücklicher mit dir in der Beziehung werden, er will nicht sich ändern, weil er hat so immer sehr, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, er hat seit seiner Kindheit, vielleicht seiner Jugend, auf diese Art und Weise immer die Tränendrüse gedruckt, er hat irgendwas gekriegt und irgendwas und es hat funktioniert und Leute haben sich umgebogen, verbogen ihm entgegen zu kommen und er hat auf diese Art und Weise quasi seinen schwarzen Zuspruch gehabt, eine Flüssigkeit, von der er einfach trinkt, sich ernährt, deswegen Energiewampir, der blöde Begriff. Und deswegen häufig, wenn du dann anfängst Sachen zu machen, beginnst du einen Teufelskreis, von dem möchte ich dich bewahren. Der Teufelskreis ist, dass du was machst. Dann siehst du, es funktioniert nicht. Der andere ist teilweise, sagt sowas wie, oh ja, oh vielen Dank, oh, oh danke für, keine Ahnung, diese Liste, oh danke für den Tipp, hoch, oh, danke für und so weiter und so fort. Wie lange hält dieser schöne Moment? Zwei Minuten? Drei Stunden? Ein Abend? Eine Woche? Bis er es allen erzählt hat und dann zurückkommt und, ja nee, hast du schon angefangen? Nein, nein, hast du schon gemeldet? Nein, mein Bekannter mit dem Job, die wollen jetzt langsam, die würden gerne ein Zivisieren. Ja, ja, aber tut mir leid, tut mir leid. Und dann kriegst du so richtig auf die Fresse nach dem Motto, was fällt dir ein, mir helfen zu wollen? Das sagen die Personen natürlich nicht und deswegen wesentlich eleganter an dieser Stelle folgende Sachen, um aus dieser Falle rauszukommen. Erstens, drei Sachen kannst du gerne recherchieren und der Person anbieten. Und dann kommt die Wahrheit raus. Braucht die Person wirklich Hilfe oder wirklich eine Verbesserung oder irgendwas? Dann nimmt sie eine von den drei Sachen oder zwei oder drei Sachen und wird die probieren und wird damit was machen. Ruft diesen Coach an. Probiert das mal aus, dieses Präparat, ob das irgendwie hilft. Macht mal eine Umstellung. Spricht, nimmt das Gespräch wahr. Irgendetwas. Geht zu dem Training. Geht morgens mit dir laufen, was immer es ist. Wenn mir das nicht passiert, geh sofort einen Schritt zurück und denke dir, hier und jetzt, du hast es probiert, sehr gut gemacht. Sprich dich frei, nimm den Affen vom Partner. Ich habe ja noch meinen komischen Körpers hier. Nimm diesen komischen Typen von der Schulter. Mach dich wieder frei und wisse, okay, die Person will gar keine Unterstützung haben. Die Person will gar nicht, dass sie sich verbessert. Du bist frei. Und jetzt kommen Formulierungen, mit denen ich mich seit Jahren sehr gut fühle. Eine zum Beispiel. Wenn die Person wieder so negativ, 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 geh rein, hörst dir an. Ich habe drei für dich mitgebracht. Fangen wir an bei der ersten. Geh rein, hör es dir an. Schau mal drauf, ob das Gespräch wirklich die ganze Zeit so bleibt. Zeit, 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 Zeit. Manche haben einfach zu wenig mal ihren Druck abgelassen, sind gar nicht solche Energiewampire und Negativen und nach 30 oder 40, 50 Minuten plötzlich macht es Klick. Sie haben endlich mal jemanden gehabt, der ihnen zugehört hat. Das hat die ganze Zeit gefehlt und sie sind gut drauf und gut gelaunt und wollen mit dir jetzt eine gute Zeit haben. Da hat einfach gefehlt, dass du ab und zu mal ausgiebig zuhörst, diese Person braucht das. Wunderbar. Wenn die Person, aber obwohl du mal so richtig ein paar Mal richtig lange da mitgegangen bist und zugehört hast und weiter und so fort, das immer wieder abzieht und einfach nicht besser wird, kommen wir zum zweiten, einem sehr geschickten Feedback. Probiere folgende Formulierung. Du, wir haben jetzt 20 Minuten lang, haben wir jetzt eigentlich uns über dieses Thema unterhalten, das mit dem blöden Chef nehmen wir als Beispiel, aber ich sehe, obwohl wir uns 20 Minuten unterhalten haben, du fühlst dich anscheinend noch nicht besser, du leidest immer noch darunter. Die Person so, 20 Minuten, aha. Ja, mein Chef, du, weil dann würde ich vorschlagen, ich weiß nicht, was hilft dir denn? Ja, weil ich, weil dir geht es immer nicht schlecht, apropos Pet Interrupt, eine Unterbrechung, ich würde mir jetzt noch einen Tee machen oder einen Kaffee, willst du auch einen Tee oder Kaffee? Und ich gehe in den anderen Raum. Die Person hat jetzt dieses klack, 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 eiskalten Spiegel, das im Grunde um 20 Minuten lang an demselben Knotenrunden geknotet hat. Dasselbe geht, nächste Variante. Du, wir haben jetzt den vierten Abend diese Woche, wo wir über deinen Chef sprechen, aber ich sehe, wie es dir die ganze Zeit nicht besser geht dabei. Und der geile Trick ist, du würdest sie auf die Fresse kriegen, wenn es mal eine Zeitverschwendung oder was fällt dir ein, aber ich bin jetzt bei dir, bei diesem Negativ, bei diesem Energievampir, dass es dir nicht besser geht. Oh mein Gott. So, in dem Moment ist es ja für ihn, das heißt, er kann sich nicht über dich aufregen. Sie kann sich über dich aufregen, weil du ihr nur sagst, dass anscheinend das Gespräch hier nicht hilft, dass es ihr besser geht. Du hast jetzt 30 Minuten lang zum zehnten Mal die Woche dich über diesen Nachbar aufgeregt, weil er dich neulich geschnitten hat oder was gesagt hat. Ich sehe jetzt irgendwie, dass es dir noch nicht besser geht damit. Dann vielleicht, dann weiß ich, bringt das auf das Gespräch, weil ich würde mich freuen, wenn es dir besser geht, aber irgendwie geht es nicht besser. Das heißt, das Gespräch scheint nichts zu bringen, also ich würde mir jetzt mal kurz einen Tee holen. Wie sieht es mit dir aus? Diese hässlichen und unschönen Pattern Interrupts, Musterunterbrecher, sorgen dafür, dass du in dem Fall der Stärkere bist. Definitiv, weil du denkst, ja für die Person, tatsächlich bist du der Checker. Das heißt, es ist eine ganz andere Ladung, während du eben teilweise unten der warst, der versucht hat, was zu retten und der andere ist auf ihn rumgetrampelt nach dem Motto, hat nicht funktioniert, lass mich bloß in Ruhe. So. Nächster, dritter, drei habe ich dir versprochen, dritter ist, du kannst teilweise bei Außenfeedback arbeiten. Außenfeedback gibt, zwei Varianten unter konkreter Nennung oder unter Nicht-Nennung, weil die Person hat dich gebeten, es nicht zu nennen und dann musst du auch stark sein, das zu tun. Und du sagst, dann komm zurück, war ein Abend, waren Freunde da, hat wieder richtig schön, die Welt war so schlimm und so weiter und wir werden alle untergehen. Dann anschließend sagt die Person so, ach ja, es war ja ein ganz netter Abend. Ja, echt wirklich, ganz komisch, weil du hast die ganze Zeit, ich hatte das Gefühl, dir ging es nicht so gut, weil du hast von sehr, sehr schweren Themen die ganze Zeit gesprochen und ich wollte es dir eigentlich nicht sagen, aber es wäre unfair, es dir nicht zu sagen, jetzt ist die Person neugierig. Es haben auch welche gemeint so, dass es ja die ganze Zeit nur quasi um dein Untergangsthema oder um den Chef oder sowas ging. Was, wer hat das gesagt? Das kannst du einfach sagen, wenn es die Person wirklich gesagt hat, du, das war der Thomas und der Thomas fragt sich eben, was da los ist bei dir, ob man dir irgendwie helfen muss, ob man dir was Gutes tun muss, wieder mit diesem Helfen eingefangen oder die Person hat mich, ich möchte, die Person hat mich explizit darum gebeten, das nicht zu nennen, weil sie dich ansonsten sehr sympathisch findet, wenn die Person immer rumrennen, wenn dein Negativpartner irgendwie, Vampir immer damit rumrennen und sich fragen und tatsächlich, erst mal wird sie kotzen, total kotzen, ein, zwei, drei Tage total kotzen und du wirst das Wunder erleben, die nächsten Wochen werden erst mal sanfter sein. Und du hast immer noch die Ausrede, wenn die Person dann sagt, ja, warum sagst du mir so einen Blödsinn, das finde ich gar nicht gut und dann hier das Post-it, was ich gerne habe, so, schau mal, wenn ich jetzt abends durch die Gegend rennen würde und hier oben wird noch ein Post-it hängen, ich würde es nicht merken, was du auch sagen, sag mal, was hast du da oben für ein kurzes Post-it? Ah, danke dir, das heißt, ich dachte, ich tue dir einen Gefallen, weil du willst dich doch mit deinen Leuten oder willst dich doch mit den Freunden oder willst dich mit den Kollegen oder willst dich doch wohlfühlen und die Person kotzt immer kurz ab, weil du ihr eigentlich gerade ihren negativen Glücklich-Saft abgeschnitten hast, aber in Wirklichkeit, das ist der Punkt, diese Wachheit ab und zu mal zu bringen und das Allerletzte ist einfach für mich immer noch der totale Knaller, leider, wenn du das schaffst und du bist schon seit Jahren tief drin, seit Jahren tief drin, wir reden mal von locker drei, vier Jahren oder länger, ich habe Fälle, die waren schon seit Ewigkeit mit der Person zusammen. Schau mal kurz mit mir in die Zukunft. Was heißt es denn, wenn du mit dieser Person weiter zusammenbleibst? Ja, genau. Jetzt kommen wir dahin. Das heißt, dass du die ganzen nächsten Jahre eventuell in einer negativen Beziehung bist, mit einem Energievampir zusammen bist, du bist auch der Blödmann teilweise, der es nicht besser hinkriegt, auf dir wird rumgetrampelt, du schaust dann immer auch so krantig, warum schaust du eigentlich immer so krantig? Ja, weil dich das alles schon runterzieht mittlerweile. Nach zehn Jahren könnte sein, dass du zurückblickst und sagst, boah, es ist 2000 irgendwas, zehn Jahre weiter, ich hätte mich damals eigentlich schon dran sollen. Jetzt kommen wir zu einem Punkt und das ist der Punkt, wo ich natürlich ganz kurz mein E-Book anblende. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, was du eigentlich wirklich auch machen kannst, was sehr, sehr, sehr effektiv ist, weil was ich für häufig ein Problem habe, ist, der, der helfen will, du in dem Fall, auf dem wird rumgetrampelt, weil deine Versuche sind zu billig, zu schlecht, ha, 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 hast eh keine Ahnung, hast keine Ahnung, verstehst mich nicht und so weiter. Wenn du wüsstest, wie schlecht es mir geht, wirst du niemals so flache Vorschläge machen. Hör auf, mir irgendwie einen Headhunter zu geben. Der Chef ist halt scheiße und woanders macht es halt keinen Sinn. Ich habe es auch 10.000 Mal erklärt und so weiter und sofort kurz, du bist dort, wo du im Grunde genommen ganz schön wenig Luft bekommst. So, und ganz häufig, was die dann spielen, ist eine ganz fiese Nummer. Die spielen ja die Nummer, vielleicht passen wir beide ja gar nicht und dann wirst du langsam weggeschoben. Ich habe Panik bekommen, was, 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 wir verpassen nicht, willst du jetzt mit mir Schluss machen? Oh ja, und da hatte sie mich genau dort, wo ich natürlich richtig schön mit reingegangen bin, mir das alles angehört habe. Die ganzen Kram, bam, 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 bam. Wenn ich von dort kam, musste ich erst mal auftanken, ohne dass ich es gerafft habe, weil einfach alles die ganze Zeit immer so schlimm und so schlecht und so schlimm und so schlecht war. So, andersrum ist es viel eleganter. Andersrum ist es viel eleganter und deswegen ganz kurz hier toxischer Partner, ein loslassendes Programm. Wenn du dir das zutraust, einfach mal für dich zu überlegen, zehn Jahre und es würde so bleiben und im Grunde genommen wird es nie wirklich besser und das ist nicht leicht, von einem toxischen Partner wegzukommen, sonst hätte ich nicht ein ganzes Buch dazu geschrieben und mich damit seit Jahren auseinandergesetzt, weil ich selbst teilweise nicht weggekommen bin. So, bis ich es dann irgendwann gerafft habe, jetzt stell dir mal vor, du würdest für dich mal ganz kurz denken, okay, angenommen, ich würde nicht mehr vorhören, angenommen, ich würde mich vor dir schützen, angenommen, ich drehe den Spieß mal um, dann merke ich erst mal, wie es mir leichter geht, wie es mir besser geht. Oh, ist das schön. Wir haben die Augen sofort weicher. Menschenskinder, jetzt, wo ich mal ein bisschen für mich da bin und ich komme jetzt so um die Ecke, hatte mehrere Fälle, schon mehrere Fälle, ihr wisst, dass ich für Ex zurück, das ist das Ding, Ex zurück Papst, Ex zurück, was habe ich schon und dann kommt er oder kommt sie zu mir, habe ich immer wieder solche Fälle, weil der andere hat Schluss gemacht, weil ihm das zu viel war mit der Negativität, ein bisschen zu durche war auf Dauer, die Depression, die Partnerin, den Partner dann doch auf Dauer ein wenig zu viel genervt hat und die Person, er hat es endlich geschafft zu sagen, weißt du was, jetzt sind wir da, toxischer Partner rauslassen, wenn es gelingt, hier, die Nummer von eben gerade und du kommst mit diesem Mindset rein, mit dieser Einstellung, dass du mal ein bisschen drüber bist, ein bisschen lockerer bist, dass du im Grunde alles nicht nötig hast und du strahlst das aus und du sagst dann sowas wie, hey, wir haben uns die Woche jetzt gerade fünfmal darüber unterhalten, ich sehe, es geht dir noch nicht besser und ich frage mich auch, weil ich habe ja irgendwie gedacht, dass es dir helfen kann, aber irgendwie sehe ich, egal was ich auch hier anschleppe, es nützt eigentlich gar nichts, mein Gefühl ist, du hast da ein Thema, vielleicht willst du dich da mal einfach mal ein bisschen drum kümmern, vielleicht brauchst du einfach ein bisschen Zeit für dich, vielleicht brauchst du ein bisschen Abstand, vielleicht ist die Beziehung ja eigentlich zu viel für dich, Achtung, wie du sagst das, weil du die Person manipulieren willst, in Wirklichkeit hältst du fest, dann klappt das nicht, wenn du hier unseren kleinen grünen Affen, der schon, der haut dich, der beißt dich, der faucht dich weg, aber wenn du von unten kommst, wo du wirklich ein bisschen, hey, vielen Dank für die Spende, vielen Dank, aber wenn du wirklich, wenn du wirklich von innen dort bist, wo du den ein bisschen losgelassen hast und du kannst auf dieser Basis sagen, dass du gerade langsam dir überlegst, dass sich bei dir langsam sowas ein bisschen auflöst und es durch die Blume, dass sich ein bisschen was bei dir auflöst, dass du dich ein bisschen wohler fühlst, ein bisschen auf Abstand gehen kannst und du kommst dort an, ich schwöre dir, dann dreht sich das Blatt, die Person fängt plötzlich an, zum ersten Mal nachzudenken, hoppla, vielleicht sollte ich mal diese schlechte Gewohnheit von meinem Date oder von meiner Mutter oder von meinen Kollegen in den Griff kriegen und du hast zum ersten Mal Hebel, du kannst zum ersten Mal, wie gesagt, ich hatte sie bei mir, Emanuel, wir müssen dran, ich will diese Frau, ich will diesen Mann zurück und außerdem, bitte hilf mir, ich muss aus dieser Depression ein bisschen raus, weil deswegen hat er Schluss gemacht, deswegen hat sie Schluss gemacht und zum ersten Mal waren die am Punkt, wo die wirklich Übungen umgesetzt haben, die sie sonst nie gemacht hätten. Hebel, das heißt auch du kannst einen Schritt zurück gehen, auch du kannst dir bewusst werden, will ich wirklich in den nächsten zehn Jahren mit dem Energiewampir zusammenbleiben. Und wenn du dann dieses Video dir nochmal anschaust und die Sachen mitnimmst, aus dieser Perspektive fängst du an, wirklich Hebel aufzubauen, wirklich, wirklich eine neue Richtung einzuschlagen. Teil dieses Video unbedingt mit Leuten, die so einen Partner haben, die da irgendwo drin hängen, in so einem Negativen, die im Grunde genommen nicht mehr so ganz wissen eigentlich, wo ist eigentlich der Nebel, wann war der angefangen, wann hört der jemals auf. Teil das, hilf Freunden in diesem Zusammenhang, sei ein guter Freund, sei ein guter Verwandter. Manchmal, wenn man mit einem negativen Partner zusammen ist, ich habe Ewigkeiten gebraucht, bei mir war es mein Dad, der immer gesagt hat, Emanuel, du siehst plötzlich immer älter aus und ich so, shit. auch ein anderer Moment, wo ein guter Freundesmann gesagt hat, sag mal, warum bist du das halt immer so, du hast den Fokus zur Zeit echt nur auf Untergang. Ich so, oh mein Gott, und plötzlich, deswegen, warne Freunde, rette andere, wenn man drin ist, wenn man schon in der Co-Abhängigkeit mit negativen Partners, findet man häufig den Ausstieg gar nicht mehr. in diesem Sinne, viel Erfolg damit, was haben wir, wir haben YouTube live, nächste Woche dominanter Partner, wie wir damit umgehen, Beziehung retten, wenn der Partner nicht mehr will, Video vom Sonntag, vor diesem Video, am Donnerstag haben wir Beziehung retten durch Abstand, das müssen wir es für extra, aber auch für Beziehung retten, vor allem Beziehung retten, und beim Podcast, kennst du die Sprache der Liebe, denn diese Woche am Donnerstag spreche ich über die zweite Sprache der Liebe. So, wir haben noch ein paar Fragen, momentan hält meine Stimme, ha, ich habe mir einfach so viel Hustenstopper reingeknallt, dass ich noch ein bisschen mit euch sprechen kann und muss noch ganz kurz festhalten, wo wir sind. So, für alle, die ins Bett müssen, bitte geht jetzt ins Bett und ein paar Fragen beantworte ich noch für die, die noch ein paar Fragen beantwortet haben wollen. So, vorneweg, hey, danke, so, live ist, von ganzem Herzen bin ich Ostern live und hey, vielen Dank für das Dankeschön, freut mich immer. Meine Ex hat mir nach 4, nach 4 A, wird wahrscheinlich Jahre bedeuten, ja, klar, was soll sonst A sein, es war noch nie Sekunde, einen Abschiedsbrief gegeben, den habe ich nicht gelesen sondern weggeschmissen, das habe ich ihr geschrieben und ihr angeboten zu reden, seitdem kommt von ihr nichts. Huh, hat mir nach 4 A Beziehung einen Abschiedsbrief gegeben. Boah, Daniel, du würdest vielleicht dich gut tun, noch ein paar kleine Details dazu zu schreiben, weil, wenn sie nach 4 Jahren dir einen Abschiedsbrief gibt, du schmeißt ihn weg, das ist einfach nicht empathisch und wenn du versucht hast, da macho zu sein, ist es offensichtlich in die Hose gegangen, ja toll, was, hier bräuchte ich viel mehr Informationen, viel mehr Informationen, um dir wenigstens ein bisschen was reinzugehen, hat sie sich häufig negativ geäußert, hat sie dich zugemüllt, dann wäre es schön, du hast das Ding vielleicht weggeschmissen, es gibt also hier 10 verschiedene Fälle und lieber Daniel, ich versuche immer irgendwas dann zu sagen, du könntest jetzt einen kleinen Brief zurückschreiben, der macht es nur schlimmer, du kannst sie anrufen, du kannst sie entschuldigen, also es ist einfach, das ist eine ganz dumme Situation, ich müsste den ganzen Fall wissen, wie ihr beiden drauf seid, um dann zu entscheiden, kämpfen, ignorieren und durchziehen, wahrscheinlichste Variante, dass du jetzt erstmal auf Kontaktsperre gehst, für längere Zeit und du kannst natürlich dich entschuldigen und sagen, schicke mir nochmal, aber wenn sie schon nicht, damit kann ich dir helfen, wenn sie auf den Wegschmeißer eines Briefes so hart, ja, ich habe das gesehen, wenn sie auf den Wegschmeißer eines Briefes so hart negativ reagiert, dann empfehle ich dir von ganzem Herzen, das Extrückprogramm zu machen, weil du noch überhaupt nicht dort bist, wo diese Frau sich für dich wirklich interessiert, weil, weißt du, wenn ich auf jemanden noch irgendwie stehe, heimlich und den heimlich noch irgendwie liebe und der schmeißt meinen Brief weg, dann verstehe ich zwar das falsche Kommunikationsmittel und dann sage ich, okay, komm, wir lassen quatschen, aber wenn du dort bist, wo sie nicht mehr mit dir quatscht, wo sie nicht mehr mit dir quatscht und das so schlimm für sie ist, da steht sie so weit über dich, sie puht so schön von oben auf dich runter, du musst erstmal raus, vier Wochen, ich würde sogar zwei Monate sagen, nee, sechs Wochen, würde ich sagen, komplett Kontaktsperre, und zwar die harte, wenn ich hier weiche, dann bitte zieh dir dafür meinen Extrückprogramm-Ratgeber rein und baue an dir 2.0 auf und dann genieße das, was, 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 was werden kann. Auf geht's hier, falls Marius Fragen gestellt hat, komm her, dann hättest du jetzt auf jeden Fall bei mir für diese wunderbaren Supports unserer Chats und hier von unserer ganzen Arbeit was gut hast du auch was, ansonsten sage ich ganz herzlichen Dank zurück an dieser Stelle, finde keine Frage von dir, aber trotzdem tausend Dank und Sven hat was gesagt, doch hier, danke für deine hilfreichen Videos, mir persönlich auch schon, mache ich von ganzem Herzen, sehr gerne, sehr gerne. Sven, ich habe zuerst einen Monat Kontakt mit einer Arbeitskollegin, oh, und danke Sven, ich habe zuerst einen Monat Kontakt mit einer Arbeitskollegin, ich 19, sie 21, zwei Jahre älter, in dem Fall ist er noch viel, so später ist dann zwei Jahre nicht mehr so viel, 21 muss ich sagen, natürlich so, also ich weiß noch, mit 19, so 21 Jahre, das war eine unerreichbare Göttin teilweise, muss ich ganz ehrlich sagen, da stümpert man da so rum, weil teilweise gefühlt schon 23, 24, die Jungs sind ja eher so ein Jahr hinterher, mit 19 war noch ein großer Krimskopf, also ausgetauscht, oft Sex, aber unsere Beziehung ist offen, wie bekommst du das Festfreundin? Okay, okay, erstens, dass du hier bist und dir solche Gedanken machst, ist Gold wert, weil ganz viel entsteht, läuft mit einer klaren Entscheidung, klare Entscheidung, in diesem Zusammenhang ist, zu sagen, ich will, dass aus den Beziehungen eine feste Freundschaft wird, eine exklusive Freundschaft, zweitens, wir müssen unterscheiden, das ist eine Sache, die kann man nicht so, willst du vielleicht doch mit jemandem darüber sprechen, aber wir wollen unterscheiden, welche Sorte ist sie, wenn sie wirklich Polyamor ist, also offen für offene Beziehungen, dann wird sie das nicht ändern, dann wird sie jetzt immer das Thema haben, wenn sie aber gerne eine offene Beziehung will und das klingt hier so ein bisschen zwischendurch, den Zeilen durch, weil sie sich nicht auf die festlegen will, dann haben wir dich, ganz klassisch, und für dich sind jetzt Friendzone-Elemente wichtig, raus aus der Friendzone, ist mein E-Book, was dir vielleicht da helfen würde, weil da sind so ein paar Sachen drin, das beginnt mit dem mentalen Ausrichten, ich will diese Frau es freuen, den zweitens musst du extrem, du musst extrem luftig werden und das musst du erstmal lernen und ich weiß, aus meiner eigenen Erfahrung, wie ich mit 19 oder 18 einfach die Frau, ich bin nicht weggekommen von ihr, ich fand die einfach so geil, es ist halt immer so, ich hätte weggehen müssen und konnte nicht, ich hätte weggehen müssen und dieses Weggehen, das musst du lernen, das heißt, du musst lernen, ihr mehr Offenheit zu geben, als sie fordert, das ist eigentlich das große Geheimnis, das große Geheimnis ist, wenn du willst, dass jemand häufiger bei dir ist, dass er einfach nicht so viel kriegt, dass er immer so satt ist, dass er anschließend eine Woche weg sein kann, das heißt, du musst Spiegel 80% üben, Spiegel 80% heißt, ein bisschen weniger als sie, ein bisschen weniger als sie, das heißt, wir haben ein bisschen weniger Aufmerksamkeit, ein bisschen weniger Kuscheln nach dem Sex etc., das sind Sachen, die findest du immer einen Extra-Kratgeber, weil du hast schon Sex, das heißt, wir müssen ein bisschen optimieren, wie du mit ihr umgehst, wir müssen optimieren dein Mindset, wir müssen optimieren, wie du quasi mit ihr die Alltagssituation hast und ich sage dir eins, aus eigener Erfahrung, wenn die Frau einfach ein bisschen weniger will als du, dann ist es das, was du lernen musst, du musst lernen, sie zu überholen in dem Wenigerwolln und das ist Mut, also da brauchst du brutal viel Mut, wirklich mal kurz loslassen, auf eine Beziehung, boah, ehrlich gesagt, ich will noch weniger, ich will eigentlich gar keine Beziehung, aber Freundschaft, so und da, und das ist nicht leicht, das musst du über ein paar Monate halten, da liegt der Punkt, wo die anderen, und viele von euch sind bei einer Ex zurück, genau in derselben Situation, der Ex meldet sich wieder, der Ex hat wieder Lust, der Ex macht wieder, hat wieder etwas wie das Sex mit der Ex und dann geht es los, dass du an der Stelle ganz langsam zu nah bist und dann der Ex, der sich eben noch für dich interessiert, als du weg warst, aber jetzt, wo du so nah bist, sich vielleicht wieder nicht mehr für dich interessiert und wieder weiterzieht, viele haben dieses Thema, Sven, falls du nicht hinkriegst, wie gesagt, Friends haben wir das Erste, das würde ich mir mal reinziehen, das E-Book und in diesem Mindset bleiben und dann das bitte zu Herzen nehmen, du kannst das Rennen gewinnen, du kannst das Rennen gewinnen, aber Abstand, da war er, mein kleiner Husten, verzeiht, deswegen, was machen wir noch, mein Vater ist geleitet an Depressionen, ich habe nicht geschafft, ich erzähle mir jetzt der Schöpfer, vor allem, was ich machen kann, Julie, schön, dass du das schreibst, schön, dass du mit uns teilst, dass du an dieser Stelle ein Thema hast, ich hoffe, du nimmst dir ein paar Sachen zu Herzen, das toxische Partner, loslassen ist vielleicht ein bisschen hart, hier, das hatte ich eben schon reingehalten, das Buch, aber, du hast sofort einen größeren Hebel, wenn du rauskommst, die Depression hat nichts mit dir zu tun, die Kommunikation verbesserst, da habe ich ja ein paar Kniffe reingepackt und was auch noch ist, ist, um Gottes Willen, ihr könnt mich jetzt nicht so bestechen, euch die ganze Zeit die Fragen zu beantworten, ihr Süßen, gleichzeitig freut sich natürlich das Team, weil mit den Coachings und den Büchern finanzieren wir den ganzen, den ganzen PUFF, die ganze Show, was du auf jeden Fall machen musst, ist mit den negativen Partnern, dass du lernst, dass du lernst, für dich Oasen zu schaffen, wo du in positiveren Themen bist, das heißt, fang an, dir, auch wenn es traurig ist, dir Oasen zu schaffen, Freunde, bekannte Kollegen, wo du positiver drauf bist, wo du quasi das durchatmen kannst, wo du antidepressiv tätig bist für dich und damit umgehst und lernst an der Stelle, dass du wirklich an sich ein super positiver, toller Mensch bist, dann zieht es dich weniger runter und dann probiere mal ein paar von meinen Kniffen aus und hab Geduld, hab Geduld, nur weil du es einmal richtig gemacht hast, kippt noch keiner gleich wieder auf positiv, das ist längere Arbeit, dass du ex-toxischer Partner loslassen würde dir helfen, dass du ein bisschen mehr Klarheit hast, weil das im Grunde genommen auch so ein bisschen wie ein Ausfüll-Tagebuch teilweise so ein bisschen ist, wo du einfach für dich so Sachen rausziehen kannst, Übungen, um dich stärker zu machen. So, Tanja, let's go. Ich wurde vor sechs Monaten böse und gemeingetrennt zum zweiten Mal, meine Partner hat vermutlich Bollerlein, was kann ich tun, ich möchte es nicht aufgeben. Okay, eine ganz triviale Frage, die man wunderbar tatsächlich in wenige Sätze hier reinpacken kann und let's go, wir probieren hier mal ein bisschen was. Sechs Monate ist eventuell erste harte und tut mir leid, ich bin immer super ehrlich, ist eventuell einfach nur die Verliebtheitsphase gewesen. Die Verliebtheits- Verknalltheitsphase, ich weiß, davor gab es wohl schon eine zweite, deswegen schreibt noch unten rein, wie lange die erste Phase war. zum zweiten Mal nach sechs Monaten. Dann ist mich wichtig, wie kam es nach der ersten zu der zweiten Phase. Hast du nach der ersten bestimmte Sachen gemacht oder hast du nichts gemacht? Wie lange ist die Pause dazwischen? Alles relevant, Punkt an der Stelle. Anscheinend findet diese Person, nächste Tanja, findet sie dich ziemlich hot, wenn sie weiter weg von dir ist. Also was hat da nach der Auszeit, nach der Trennung zum zweiten Mal reingeführt, ich schaue mir bei Ex-Rück immer ganz genau an, wie ging quasi die erste Trennung wieder in die neue Beziehung über. Und wenn ich das habe, dann versuche ich natürlich, ähnliche Elemente wieder zusammenzustecken. Das heißt, an der Stelle, vor sechs Monaten, ich wurde vor sechs Monaten, meinte ich. Ach so, okay. Dann, Tanja, schreib noch bitte rein, wie lange waren die beiden Etappen insgesamt und wie lange war die Pause dazwischen. Das sind einfach so Zahlen, die helfen. Wir waren sechs Jahre zusammen und zweite Phase, da waren es insgesamt sechs Jahre, weil das natürlich viel, 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 viel Zeit war. Wenn man sich so gut kennt, es ist ex-zurück, je länger man sich kennt, desto härter wird ex-zurück teilweise. Alle, denen ich mit dir jetzt gearbeitet habe, die über viele, viele Jahre, zehn Jahre plus mit jemandem zusammen waren, hatten natürlich die brutale Herausforderung, dass der Partner, die Partnerin mich extrem gut kennt. Das heißt, deine Partnerin kennt dich extrem gut und hat deswegen die Möglichkeit, natürlich auch erstmal alles zu durchschauen. Deswegen schreib mir doch bitte rein, wie lange die erste Trennung war oder war das zweimalig hintereinander versucht. Ich bin getrennt zum zweiten Mal, meinte man von Borderline. Und dann muss ich auch was zu Borderline sagen. Und zwar bei Borderline hast du die Schwierigkeit, dass die Person einfach durch ganz kleine Trigger, was hat dich neulich gehabt, ach, ein ätzender Trigger, es gibt einfach so unglaublich ätzende Trigger, aber es gibt so viele Trigger. Typische Trigger sind natürlich, dass du plötzlich irgendwie von einer Starken in eine schwache Phase fällst. So, das triggert den Borderliner. Dass du plötzlich ein bisschen zu nah kommst, weil du irgendwie jetzt denkst, das muss doch gehen mit uns beiden. Triggert den Borderline. Borderline kann getriggert werden durch Außenpunkte, auch ganz unangenehm. Dann passiert auch was im Äußeren. Du denkst, was ist jetzt mit meiner Partnerin los? Dann bist du so hässlich zu mir. Ich weiß es nicht. Ah, dann kommt nach Wochen raus, weil die Kollegin sich auch getrennt hat. Oh, dann weiß der Himmel wer. Das heißt, die Borderliner-Sache, ich habe das in meinen TikToks auch häufig bei Borderliner-Kleinigkeiten gemacht, weil ich ganz spannend finde, Borderliner sind eigentlich extrem geile Trainer für dich, dich im Griff zu haben. Heißt aber, dass du immer so ein bisschen dich im Griff haben musst. Das heißt, du musst dich immer ein bisschen zurückziehen. Du musst immer für dich diesen Punkt finden, wo der Borderliner so ein bisschen alleine knallt und alleine sich reinzieht. Und deswegen, wenn du mit dem Borderliner eine Beziehung hast, für alle, die das haben, hey, eigentlich hast du eine halbe Beziehung. Dazu musst du Ja sagen und nicht sagen, Ja sagen und dann zum nächsten Energie-Vampir werden, passend zum Video heute Abend, sondern Ja sagen, sagen Ja. So ist das. Ich habe halt nur eine halbe Beziehung. Dafür bin ich mit dieser Frau zusammen. Sie ist in Panik, geflüchtet, ausgezogen danach, wie immer, rebound und jetzt schreibt sie wieder. Ja, und dann kann ich nur eines sagen, nimm dir bitte meinen Ex zurück zu Herzen, nimm dir bitte Ex-Freund zurück. Nimm dir in dem Fall die Variante Ex-Freund zurück. Bei lesbischen und bei schwulen Pärchen sage ich immer, bitte nimm die Variante, also bei dir Bauchgefühl, nimm dir bitte die Ex-Freund zurück Variante für Frauen. Auch wenn es immer vom Freund redet, das schaffst du, das bitte dreht es einfach in deinem Kopf, weil es geht nicht um die Form, es geht um die Inhalte. Die Inhalte sind für dich passender und nimm dir den, weil du willst jetzt keine Fehler machen, willst weniger Fehler machen. Das heißt, sie steht auf dich, das heißt, jetzt ist bei dir die Verlustangst getriggert. Wenn sie mit ihr zusammen ist, ist die Bindungsangst getriggert. Das heißt, in der Beziehung scheinst du eine andere Tanja zu sein. Das musst du dir einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen. In der Beziehung bin ich eine andere Tanja und das ist der Fehler und deswegen ist für dich wahrscheinlich das, was ich jetzt sage, ist wahrscheinlich Gold wert. Das ist, stell dir einfach vor, du hast einfach nur eine halbe Beziehung. Du hast mit deiner Partner nur eine halbe Beziehung und dafür stehst du dazu. Das ist dann so. Du sagst dazu ja, heul nicht, weine nicht, klammer dich nicht in irgendwelchen schwachen Momenten an sie, klammern bitte mit anderen. Klammer beim Therapeuten, klammer bei einem Coach, klammer bei guten Freunden, klammer mit netten Kolleginnen, die sich gut verstehen, klammern mit Freundinnen, die vielleicht auch mit ihrer Freundin Schwierigkeiten haben. Klammern solche Leute, klammern die Empathen. So, nicht, niemals, never, klammerst du an den Borderliner. Niemals. Das ist wie TNT umarmen und gleichzeitig das Feuerzeug anmachen. Viel Spaß bei dem Ride. So, das heißt, bei dem Ride, das willst du nicht. Deswegen, es gibt so ein paar Basics, die du umdenken musst, weil sechs Jahre, das heißt auch, dass vieles gut geht. Zweimal kommt sie wieder. Heißt, dass vieles gut geht. Schnapp dir, wie gesagt, den Ex-Freund zurück, zieh ihn dir rein und dann schau, dass du wirklich Dinge anders machst und sonst hol dir einen Coach bei meinem, ich habe ja hier ein ganzes Team in meinen Techniken ausprobiert, ein ganzes Team von immerhin Albert-Coaches, die genau in meiner Denkung, in meinen Techniken, die die Inhalte mit mir machen, die im Podcast, die ganzen, schnapp dir notfalls einen von denen oder schnapp dir mich. Auf jeden Fall, wenn sie jetzt zurückkommt, lasst ihr bloß Zeit, lasst ihr bloß Zeit, kein Reinziehen, kein Überreden, nichts von alledem. So, ich muss ins Bett. Ich habe mich sehr gefreut, für euch Abend, heute Abend am Ostersonntag, da zu sein. Ostersonntag, Ostermontag, ach, was wäre jetzt gerne Ostersonntag. Hängen wir noch einen freien Tag, wunderschön, wasser. Tausend Dank für die Likes, tausend Dank, dass ihr mit dir dabei seid, tausend Dank für die Spenden, tausend Dank für alle, die sich die Bücher kaufen und uns so auch unterstützen, während ihr für euch eigentlich schon auch geiles Know-how kriegt. Sorry, dass ich nicht immer alles perfekt und schön schreibe, aber meine ganzen Gedanken sind drin. Viel Zeug und der toxische Partner loslassen. Vielleicht willst sogar du dir, liebe Tanja, den toxischen Partner reinziehen, um diesen Borderline-Teil von ihr noch viel stärker von dir zu trennen und plötzlich hast du die Seilbeziehung, die läuft richtig gut. Von ganzem Herzen. Also gute Nacht, lieben Dank für die Herzchen, sind immer süß. Tanja, fühl dich frei, auch mit meinem Team. Wir sind da, wir machen nichts anderes, wir coachen von Montag bis teilweise. Ich habe heute Morgen, gestern Morgen gecoacht, gestern Morgen nicht, gestern Morgen habe ich mir eine Pause Zeit genommen, Kalsamstatt, Freitag habe ich morgens gecoacht, weil einfach, ich liebe das und die, die es mit mir machen, das sind alles Psychologinnen, Coaches aus Überzeugung. Wir sehen manchmal Sachen, die kannst du halt nicht so sehen, deswegen, es ist nicht verkehrt, sich mal da drauf schauen zu lassen. Nochmal von ganzem Herzen, vielen Dank für die Herzen und vielen Dank für die Auberginen und vielen Dank für, und vielen Dank, dass ich für euch als Coach da sein kann, das meine ich sehr, sehr ernst. Ohne euch wäre ich nicht hier, insofern meinen Dank auch an euch zurück und deswegen versuche ich auch jeden Montag durchzuziehen. Koste es, was es wolle und ich habe ja hier meine Hustenbonbons, ich werde mich jetzt wieder schön ins Bett legen mit dem Tee. Bis zum nächsten Mal, alles Liebe euch, ja, gute Woche. Bis zum nächsten Mal, Bis zum nächsten Mal, - Bis zum nächsten Mal.